Letzte Woche Kirmes war anders wild Ich hab mit dem Chayasat Autos gut gechillt Da hab ich einen Taler Hund aus der Ferne erkannt Mit Seiten auf Null und verliebt in der Hand Er hat ne dicke Schale und wird richtig hart Aber er fragt jeden Kerl, ob er Probleme hat Ich glaub, ich bin verknallt in einem Taler Hund